Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play am Vibus Simulator 2. Ja, heute sind wir immer noch in New Berlin unterwegs und heute fahren wir mit die Linie 290 von Herrstraße in Namseung nach U-Bahnhof Eidstadt-Schwannlauf. Ich schalte schon mal alles an. Ja, wir fahren heute mit dem Bus. Ja, du mich auch. Ja, jetzt habe ich gefahren. Toll, danke. Dankeschön. Ja, was wurde ich gerade gesagt? Heute fahren wir mit dem Bus. Zivi Plus 31, also X31. Alter, das habe ich gerade ein bisschen aus dem Kontext gemacht. So. Ich würde es sagen. Das hat funktioniert. Äh? Das habe ich schon da einigen. Egal. So. Ich möchte mich aber hier erstmal an. nochmal. Hier oben geht man dann wieder um die Liga kurz an. Ich möchte es nicht mehr an. Ich möchte es nicht mehr an mir. Ja. Ich möchte es nicht mehr an mir. Ja, da oben kann man extra hier Linie eingeben oder hier oben wiederum. So, ja, so sieht die Bildung der Post aus, ich mach mal erst mal so, die will ich vielleicht mal an, ups, jetzt habe ich die Alitronik ausgemacht, ja, will diese Post halt wiederum, 3 Türen, die hinterritte Tür, so, ja, so einfach nochmal die dritte Tür. Ich probiere jetzt alles an. Was hat sich denn alles zwecknäßig? So, da wollen wir losfahren. Also, jetzt mache ich alte Stellung draußen. Ja. Halt. Ja, die Falle. So, jetzt. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschuldige, falls irgendwie die letzte Folge meine Stimme ein bisschen leise war, das war, liegt daran, weil ich vergessen habe mein Video runter, um zu klappen. Ja, ich glaube, das war schon jetzt. Will jetzt jeder ein Ticket haben? Ja, ich glaube, das war dann. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Das war gerade die Haltestelle. Wunsch-Taste. Also theoretisch muss... Oh. Also theoretisch muss eigentlich hier hinten die ein paar Linien oder eher die Strecke weitergemacht werden. Also, ich glaube, das war's. Und, Entschuldigung. Hallo. Und, Entschuldigung. Alter, ich pass hier rein. Shit. Entschuldigung für das Wort, aber... Wenn er einfach Weiner an Gewinnheit fällt, dann kann er ausgehen. Ich schwitze nicht. Hallo. Ups. Er wird zurück. Ich bin der Fall. 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 vor Ort. Lutoner Strasse, Markt. Hallo. Lutoner Strasse. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schmiedknobelsdorfstraße Schmiedknobelsdorfstraße Kolonie Hasenheide Schmiedknobelsdorfstraße 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 Das war's für heute. Melanchthonplatz. Das war's für heute. Nach mehr geht's so wie auch nicht. Metzerstrasse. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo. Hallo. Ja. Oh, hier war die ganze Zeit noch auf. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab' beinahe vergessen, dass ich hier halten muss. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.